Ja Leute, bevor das eigentliche Video los geht, möchte ich nur kurz sagen, es gibt jetzt zwei Formate auf meinem Kanal. Musical.ly Fails Kochvideos. Musical.ly Fails kommen Dienstag, Kochvideos Donnerstag. Das sind die fixen Termine auf meinem Kanal, die ihr jetzt in Zukunft haben werdet. Der Rest der Woche bleibt frei für Vlogs und andere Dinge, die ich so mache. Und jetzt kommt das Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es auf das Wiesn Festival und dann nehme ich euch natürlich mit. Ja Leute, ich bin jetzt auf dem Festival, es ist ein bisschen schwierig drin zu filmen, deshalb bin ich jetzt kurz rausgegangen. Ja, ich war drin und trotzdem ein bisschen filmen. Das meiste gesagte Wort in Linz ist Leihwand und wir sagen sogar Leihwand, wenn wir fragen und wie geht's dir? Wir sagen, hey Leihwand, mir geht's Leihwand. Ja Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Leider war es verboten, die Spiegelreflex mit reinzunehmen, das musste nicht im Auto bleiben. Ich hoffe, ihr seid mit der Bildqualität des iPhones zufrieden. Ist nicht schlecht, ist aber nicht die übliche Qualität, die ich euch abliefere. Allem war es ein recht cooles Festival. Damit verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin, ciao!